Moin Leute, das ist immer wieder eine neue Runde EU4 mit unserem Osmanischen Reich. Wir haben noch einen kleinen Krieg mit den Moskviten. Mal schauen, hier sind noch so ein paar lästige Leute. Armeen, die müssen wir mal eben wegkauen. Mal schauen, jetzt haben sie da wieder befreit, das ist nicht nett. Oh, schaffen wir die ein bisschen eng werden, glaube ich. Kommen wir mal schnell rein. Geht das? Haben wir Gewaltmarsch schon? Ne, haben wir noch nicht. Hätte mich ja auch gewundert. Die haben keine Chance. Sehr nett. Gut, gut. Gut, gefällt mir das. Ach, kommen wir nicht hin. Schade. Okay, dann gehen wir da hin. So, Novgorod ist ein Vassal von denen. Das sieht man auch nicht so oft, dass die als Vassal da rankommen. Aber die haben auch keinen Bock. Äh, die sind auch fast alle soweit. Schauen wir mal. Vielleicht erklären sie ja den Krieg oder so. Mal gucken. Okay, hier drüben. Und noch schön die Festung erobern. Gefällt mir. Zähl sehen wir dann. Das ist aber schön. Der andere Friedensvertrag ist gleich das Ende. Das sollte man dann auch mal langsam weitermachen. Ach nee, da müsste mitten in die Richtung. Nur zur Sicherheit. Ja, Russland fahren wir auch. Sehr gut. Dann... Nein. Die schon Dingens gründen können? Weiß ich gar nicht. Die auch schon Russland gründen können. Ich glaube, dem fehlt hier noch was. Können die schon was annektieren eigentlich? Nee. Ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay, da müssen wir noch ein bisschen belagern, ne? Wenn die Hauptstadt gefallen ist... Was? Spielen da irgendwelche Konflikte hier? Nee. 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 Ach so. Das passt schon. Das ist ein guter Nachfolger hier. Belagern wir von Moskowon. Du kommst mal wieder zurück. So. 74 Prozent. Das reicht doch, oder? Mal zurück. So. Dann nehmen wir mal unsere Ansprüche. Was? Mal weg. そう. Mal weg. Mal weggehen. Ich rede nicht so ganz. Habe ich auch... Sehr komisch. Kostet nur 10 Diplomacht, wow. Hätten halt ein paar Leute was dagegen, ne? Aber das ist ja an sich kein Problem für uns. Aber wenn ich das so nehmen könnte, ne? Das wäre schon klasse. Das wäre super. Aber... Da müssen wir noch mehr erobern. Habe ich jetzt eigentlich gerade keine Lust, weil wir müssen jetzt ganz schnell runter. Und Castilianern, beziehungsweise er hat auch Castilianern am besten. Dass man die zuerst ergreift und dann die Mameluken. Das wäre am gescheitsten. Ich möchte nur noch ein bisschen mehr Kriegsstand, glaube ich. So... Okay, wenn ich das hier oben nicht nehme... Ähm... X-Ovation noch... Ähm... X-Ovation noch? Ähm... Was eine 3 Diplomacht macht... Ist echt Hammer. Ich weiß gar nicht warum das so wenig kostet. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Überfragt. Hm... Ach, das ist glaube ich hier von dem... Ähm... Äh... Kostenunrechtmäßige Forderung, ne? Kann das sein? Das ist davon weniger kostet. Äh... Entwicklung... Ne, warte mal. Machen wir das mal hier. Autonomie... Größe von Moskau... Ne... Ich weiß es nicht. Da bin ich echt überfragt. Eikammeranspruch. Ist alles zu groß. Ja... Ja, ich könnte jetzt noch weiter belagern. Oder wir machen uns auf zum nächsten Krieg. Was wahrscheinlich besser wäre. Würde ich mal sagen. Ich könnte den hier abschneiden. Ne, geht nicht. Okay. Säbien... Österreich... Polen... Ja, das... Geht alles eigentlich. Hier noch ein bisschen Geld. Oder auch nicht. Geht alles aufs Geld. So... Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt alles genommen, was ich musste. Ja. Okay. Sehr schön. Dann hätten wir das auch. So, nächstes Ziel ist Kastieren, würde ich sagen. Die ganzen Zirupen wieder herunterschicken. Kasar... Wie sieht es aus? 46 Prozent. Das reicht leider nicht. Geschlossene Agenda... Dann wird... Ich nehme alles hier muslimisch, das geht so nicht. So, dann komme ich mal runter. Schön, schön. Sauber. Peraler Rückschlag. Mit Einschleabilität ist aber nicht schön. das ist nicht nicht überhaupt nicht so wir hatten doch hier sardinien bekommen haben die noch irgendwelche besonderen baum die auch nicht schade reis städte rute kaiserliche städte tritt ein interessant sahen der nordsee doch das sollten wir hinkriegen ambitionen der dingsbums die akme macht ist mir lieber so ich wollte hier doch land kaufen das habe ich wieder vergessen sie ist schon letzten das ist mal machen und kein bock ok leucht teuer ist teuer mögen die nicht und abneigung das ist nicht hier war leider den jetzt schneller müsste ich mit dem bisschen dann gar verbinden damit gut erst mal ein vorübergehendes bündnis muss man dann gleich wieder auflösen unmoralische preise das übernehmen hier mal so kommen wir hier rüber wie denn bist du verbündet hungern portugal ok wir bauen da auf jeden fall noch truppen hier drüben zwei so ein reichen oder wie habt ihr 15.000 ja zwei reichen locker geht mal rüber hier kommt alle nach so so war wir mit kastieren ist zu ende sehr gut erklär mir direkt mal den krieg würde ich sagen valencia was hier mit dingens die im schulden ist aber nicht schön moment schon handels aus schadern bevor wir darüber gehen was da kostet nicht zu viel sehr schön so sagen wir uns den ersten fußen indien ha 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 sehr schön der ist schon unterwegs ok ok wird eine kompanie ok so wir können das bündnis wieder auflösen das bündnis wieder auflösen mehr wollte ich nicht danke so ich hoffe ich erkläre mir jetzt nicht den krieg hier äh koalition und so wenn ich so toll das bündnis wieder auflösen wollen wir schon mal oder warten wir noch ein bisschen ich glaube wir warten wir noch ein bisschen wir können hier die nächste stufe machen was kostet das 200 nur das ist billig so was ist denn hier ach die druckerpresse ist da ja ist ok waffenstüchen mit den anderen laufen bis 950 ok so viele truppen haben sie gar nicht mehr rückeroberung von verlieren verlieren das passt schon besser in general rein anderen für mal nichts machen so dann geht ihr mal direkter hoch was ist denn hier ich dachte die haben ok offenbar nicht ich dachte die hätten da irgendwie ähm dingens sich das geholt aber anscheinend nicht na gut in general Mexikos Besitz von Portugal auch nicht schlecht so wer war das der rassmann ich der da ok würde ich mal ihn da reinsetzen so auch noch eine truppe auch hier verstärkung auf jeden fall tut so das nix ah hallöchen so Mamluk ist auch zu ende was sind denn so die nächsten aufgerade ah unabhängigkeitskrieg viel spaß viel spaß damit ah sehr schön die besitzen hier wunderbar muss krass kein rivale mehr na sowas so 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 hallöchen 3 3 2 ok dann gehst du da hin das umständliche weise ok aha ok hat sich erledigt der weg bis dahin sehr schön so hier oben wo ist denn die Armee keiner zu sehen ach da drüben hallöchen start eh mit krimis rüber na sowas hm schaffen wir das schauen wir mal ob wir da rechtzeitig hinkommen aufarbeitung des steuerrechts noch nicht habe ich jetzt auch nichts dagegen muss ich sagen wo sind meine flotte ach so die kommt auch ne ist gerade beschäftigt äh das wird eng hier mal schauen ob es so funktioniert bist du noch fest da ist auch schon durch sehr gut so gefällt mir das kommt er nicht hin oder was na super diese komme ich nicht durch deswegen das zielistere erbüt grundproduktion äh zielistere äh ne den will ich nicht gestürzt mir nix fest gewonnen mein arm schiffchen sauerei so mhm ich will mal Ungarn schon rausnehmen können wir Verträge aufkündigen mit Kastilien und tschüss sowie zu Ungarn so ein Mist wo sind denn hier meine Schiffe äh habe ich da nicht einen reingeschickt dachte ich so wird das hier auch noch klemmten ja wenn wir das auch klemmten das auch ist da nicht ist da noch ist das hier das okay das da mal so okay der ist auch hier drüben angekommen sehr gut könnten die Valencia rausnehmen lassen vielleicht nehmen die da ein bisschen lang dann kann man sie diplomatisch holen müssen wir mal schauen ob das so funktioniert so gehst du da hin können wir dich noch da rüber holen irgendwie kümmer irgendein general gestorben hier ist ja nervig so kommen wir hier rüber da sind feindliche flotten das geht ja so nicht so die würde ich hier gerne besetzen lassen kommen wir da runter nee aber hier hoch wohl mal da hin bisschen Truppen zusammenhalten so haben sie besiegt sehr gut ach hier fehlt einer sieste so mal gucken hat die truppen den Krieg erklärt das können sie gerne machen da haben wir die festung eingenommen sehr gut hinterlässt hier so ein tolles Mistding die institutionsverbreitung plus 20 das nehme ich auch gerne so müssen jetzt beide richtungen verteidigen können denke ich ok sehr gut niemanden das will keiner ok die Tour sind heißt nur ein einser belagerer na gut machen machen wir das jetzt jetzt helfen die dann das ist natürlich unpraktisch für uns kommt noch mal rüber ist eine ruhig die festung einnehmen vielleicht gehen wir zurück und dann können die vielleicht auch machen aber kein schönes invento 38.000 würden mir machen doch lieber das hier da kommen wir billiger weg alles abgehauen ok sehr gut so dann gehen wir da hoch gehst da hin geht es nicht so geht es nehmen wir noch mal Tritt ein die blöden schiffe hier immer ne ist ja nervig die schaffen die ne ja gut 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 mal gucken ob sie die jetzt raus nehmen scheint mir aber nicht so ok na was habt ihr vor wo wollt ihr alle hin kommt ihr jetzt von oben oder was ist los was wird das man weiß es nicht was mache ich jetzt mit Valencia das weiß genau schwierig da wurden sie offenbar schon wieder besiegt das hier wird auch nicht zu uns ok sind hier rebellen drin ja ein bisschen oh kommt auch bei helfen danke so Lissabon haben wir auch gewonnen sehr schön Marrakesch haben wir auch wunderbar das kriegt direkt mal Marokko so den Rest besetzen gut die nehmen noch nicht Valencia raus finde ich sehr schade wenn sie ruhig mal machen können ok wenn ich will der hat schon sag ich stelle das gehört auch Marokko das auch einmal sammeln jetzt da hin gut 73% das ist ja gar nicht mal so schlecht ach da drüben sind sie sie und Florens macht sich auch ganz schön breit ok in the mine oh was denn das klemmt ich Nationalisten na die sind ja jetzt auch sehr unpraktisch ok läuft hier unten geht nicht Marokko ok leider nicht muss mal hier rüber hat er jetzt klemmten in Anspruch drauf tatsächlich kann man das natürlich auch machen so hier drüben ah da kommt gerade die Flotte ist gut oh ich habe da ein paar Schiffe erobert anscheinend sehr schön na darfst du das ja ne bam sehr gut so wo fließt denn du hin fließt denn du an die Nachbarn von Vince ja es ist hervorragend wenn sie nehme ich auch gleich weg so dann müssen wir hier noch kurz den Rest dann sind die soweit besiegt würde ich mal sagen ne die Frage machen wir jetzt separat Frieden oder nicht das ist die große Preisfrage ne so was ist das Granada macht der Granada in Anspruch hast du überhaupt irgendeine Ansprüche hier gemacht natürlich nicht super so kommen wir alle hier runter bis dahin da müssen wir alle hier runter so kommen wir hier rüber okay so dann schauen wir mal so klemmt man die in Anspruch ist nicht gemacht quasi okay so wir haben keine Diplomaten na super oh das sind diverse Waffenstillstande zu Ende okay das war der große Waffenstillstand gut und da ist die Kultion mal das gleiche hier nie nie ja ja kommt mal in die Kultion ist für recht gut schau Wani das gehört dir alles nicht das gibst du alles schön zurück geht sogar ne hier haben wir uns ein aufgeben what is this ah jetzt zeigt es das vielleicht an hier wie gegen Dispatches können jetzt noch sagen gibt doch hier auch noch was zurück äh wieso kostet es dass Diplom macht aber hier nicht ist von Quark so was denn das Marrakesch 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 dann Fes geht es auch nee da müssen wir erst Salo das wird zurückgeben ah mehr geht nicht okay oder Tangier da ist eine Festung das wäre wahrscheinlich nicht besser oder mir geben das hier oben noch zurück die Punkte mehr hier Mist ist ja auch eine Möglichkeit das machen wir nicht auf jeden Fall diese ganzen Bovenze zurück ist das schon mal erledigt habe ich habe ich noch Ansprüche hier drüben nicht wirklich okay könnte natürlich auch erst mal Geld nehmen und im nächsten kriegt dann den Rest für Marrako holen mir auch eine Möglichkeit oder mit Portugal aufkündigen ja machen wir das lieber so ja das sind alles die kleinen Dinger so sehr schön bam hat es gemacht gut aber jetzt wird es Zeit Schluss machen für heute danke euch wieder fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal dann geht es wahrscheinlich gegen die Marmeluken bis dahin tschau